Wir leben in einer hochtechnisierten Welt, wohin wir auch blicken. Maschinen erledigen unsere Arbeiten und tun alles, um unser Leben angenehmer zu gestalten. Doch inwieweit können Maschinen Liebe und menschliche Interaktion ersetzen? Du bist aber mal ein verdammt süßer Staubsauger. Das Hörbuch Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern zeigt Ihnen die furchtbaren Konsequenzen. Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern in einer Deutschlandpremiere am Donnerstag um 20 Uhr auf Hörbuch FM.